Am gestrigen Dienstag verkündet Gesundheitsminister Johannes Rauch das Aus der Maskenpflicht. Nur noch im Gesundheitsbereich muss eine FFP2-Maske getragen werden. Wien geht jedoch wie so oft einen Sonderweg und behält die Maskenpflicht in Öffis bei. Das sorgt für Verwirrung, vor allem unter Pendlern, die von Niederösterreich in die Bundeshauptstadt fahren. Wann muss die Maske getragen werden und wann nicht? So muss laut geltenden Regeln ein Pendler, der mit der S-Bahn von Mistelbach nach Wien fährt, beim Einsteigen in den Zug die Maske zwar nicht tragen, sie an der Stadtgrenze jedoch aufsetzen. Pendelt er umgekehrt von Wien nach Niederösterreich, muss er sie beim Einsteigen aufsetzen, darf sie an der Stadtgrenze jedoch abnehmen. Eine weitere Frage, die sich nun viele stellen, welche Regeln gelten am Flughafen Wien schwächert? Die Antwort, hier besteht die Maskenpflicht nicht, denn der Flughafen liegt in Niederösterreich. Auch in den Flugzeugen besteht keine Maskenpflicht mehr, da die Regel EU-weit aufgehoben wurde. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker verteidigt die Wien-Linie im Ö1-Morgensjournal. Am Bund übt er Kritik, denn er vermisst Kontinuität. Die Verordnung hätte ursprünglich bis 8. Juli gelten sollen. Aber, so Hacker, kaum dreht man sich zweimal um, gibt's schon wieder eine neue Entscheidung. Das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Dass Wien stets einen Sonderweg geht, sei eine rein inhaltliche Frage und keine politische, versichert Hacker. Dass die Pandemie vorbei sei, ist die falsche Botschaft. Er versteht auch nicht, warum in den Schulen mit dem Testen aufgehört wird. Von der Entscheidung des Bundes, dass die Maskenpflicht auch in den Öffis ausgesetzt wird, zeigt sich der Stadtrat überrascht.